Hi Constanze, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, kann nicht klagen. Und viel zu tun? Ach, geht gerade, ein bisschen Luft. Okay. Kannst du helfen? Hör mal, ich hab ne recht komische Frage. Dieser Doktor, Dr. Axel Schwarz, was ist denn das für ein Typ? Wie tickt denn der so? Ach, netter Kerlbesuch. Ne, frag mich einfach nur irgendwie. Ich hab das letztes Mal so gesehen und hab mich gewundert, wie das so drauf ist. Und dann wollte ich mal fragen, ja. Na gut, er arbeitet jetzt nicht mehr her. In Wirklichkeit nervt der Typ total. Der denkt wirklich, der Steinkampf gehört ihm oder so. Keine Ahnung. Falsche Kindheit. Auf jeden Fall, er hat alles getan, um irgendwie das Zentrum an mich zu reißen. Okay. Also, dass der mit dem Submionen weg ist, das merkt mich gar nicht. Okay. Hast du irgendwann mal was von ihm gehört? Irgendwie Post oder ein Brief oder ein Telefonanruf, eine Mail, ein Fax? Ne. Okay. Tut mir leid. Kein Problem. Ich danke dir. Ja. Tschüss. Ja.